Ari ey hä? Ja, lol Komm mir her du Lappen Ey warum drehst du dich in die Richtung Was soll ich das machen? schön dass ihr wieder einschaltet heute wird es legendär heute nämlich wieder eine map vom legendären mopednlicher panto troll parcours raketen sind da nur hier ist da deko ist da ein wunderschön tröte tröte herzlich willkommen was geht hallo herzlichen bonnreis ich begrüße sie ganz herzlich zu dieser weiteren folge gta es gibt richtig beschissen mit panto ins gesicht und ich wünsche euch einen wunder guten morgen gute nacht guten appetit guten rutsch guten dienst und schönen feierabend ja ich glaube das war alles herzlich willkommen geburtstag guten alles meinte irgendjemand mal passt ja auch dann haben wir alles abgedeckt aber das wäre zu einfach das wäre wirklich zu einfach ja da seid ihr bereit für eine raketenduell bei mir stand gar nicht freigeschaltet so ein scheiß ist eigentlich nur raketen erlaubt erstmal nur raketen würde ich sagen oder hallo warum fliegt meine raketen oben drüber auf der gleichen höhe wie hier falsch geschossen hallo weiß doch nicht aus deko ich habe den punkt ausgewichen ach schade wollte ich auch noch mal richtig einen reinwürgen ja moped micha er ist einfach legendär er geht immer in die geschichte der der krassen maps ein habe ich bin gespannt welche toll geschichten er jetzt schon wieder ausgepackt hat ich habe nicht mal raketen gesehen warte mal sind wir überhaupt richtig der punkt ist auch gestorben hinter uns geile fähigkeit ja aber jetzt nach oben wahrscheinlich höchstwahrscheinlich wirklich na fick dich du alles schon wieder ein du mieser stricher wieder wieder ich will wieder her hallo berückte ich bin ich bin gewillt nicht zu schießen wenn du mich in lässt okay das in ordnung ist okay du bist doch mal da hinten gefahren und hast raketen gehört habe ich gesehen habe ich aber ich bin da hinten gefahren weil ich keinen speed hatte zu weiterfahren aber ich habe dabei auch eine rakete bekommen darf man von hier auch fahren? NEIN! WUH! 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 Ne ne? Okay ne machen wir Weitsprung ne? Hä? Ist das falsch? Hä das ist sogar falsch ne? Nein das ist richtig Echt? Weitsprung dann oder wie? Achso da rüber dann ah ok ich sehe es Genau Weitsprung? Ja hier ne da siehst du da das sind so weiße weiße Dinger hier Da springen wir drauf Ja Und dann mit der Rampe da zur Seite Ich sehe keine LOL Ey Nuki du mieser streichel Kaspar alter Ich wollte mich nur ausrichten Ey so ein rosettenreicher alter Was ist ein Fickes falsch bei dir? Ich hab dich gerechnet Nico Dankeschön Ausrichten mit E oder was? Ja ich dachte das funktioniert E für Ausrichten NEIN ich bin zu weit gefahren Ey fuck Fuck Ihr müsst Fuck ich weiß immer noch nicht genau wo wir hin sollen Mittelspeed Achso Ach da müssen Mittelspeed Leute Mittelspeed Nicht zu schnell fahren sonst ballert ihr nach unten Dann könnt ihr nicht mehr seitwärts fahren Wisst ihr seitwärts Kommt man nicht auf den Pfeil rüber einfach auf die andere Seite Ne du musst schon ein bisschen das gehen Mittelspeed sag ich ja Mittelspeed Bitte Los alles hinterher los los Nuki fahr 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 Das war vielleicht wieder zu schnell sogar Ich hab ihn Und sogar nicht ansatzweise gerade Ah Ja der geradeaus fuhrer Nuki So sagen ein auf Okay wir machen irgendwie so Geschäftsmanage So 5% Ja also 5% kriegt Nuki ne meinst du damit oder? Ja natürlich Hallo nein Oh ich hab's 5% ich Oh Ich hab es Ich bist aber echt weit gesprungen Ja aber Nuki ist ja auch schon da oder? Nuki hast du's auch? Ja ja ich hab's auch schon Krass ey was ist mit Nuki los ey dass du sowas kannst Uuuuuh Oh nein Tubejump ich nein das Oh nein Oh 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 Schade ich muss ehrlich sagen Mein Nuse Ne verkackensehne Nuki hat den Punkt Alter das wär schon Ey können wir bitte abmachen hier nicht Zu trollen damit wir die ganze Scheiß nicht normal machen Hallo Ich muss ja jetzt hochfahren Wer möchte wer möchte wer auch nicht Nein ich möchte nicht Hallo Alter Schüde Ich möchte bitte nicht Oh jetzt kriegst du aber einen rein du Hallo ey ey bitte nicht Willst du mal hupen? Nein hupen bitte nicht 3 2 1 Oh 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 Alter hallo Hallo Bericht nicht Ey jetzt muss ich einfach fass Ich brenne sogar Aber du hast den Punkt oder? Ich hab jetzt hab ich den Punkt ja Ja siehst du so alles Warte mal gib mir dein Auto Gib mir dein Auto Nö Hä wie kann er nicht einsteigen? Oh yeah Nein Nein Ich bin gespannt Wo Mopetenmicher Trolls eingebaut hat Denn Mopetenmicher ist ja der Der krasse Typ Der uns studiert hat Oh Oh Happy Day Oh Happy Day Oh Das Problem ist aber jetzt hört niemand mehr die Map hier Den Punkt Oh Marvin war schon mal reagiert Ey ich hab nichts zu Oh ey Triff doch vorher mal Nuggi alter Hallo Ey ich hab alles gegeben Ihn wollte ich nicht treffen Er hat nichts gemacht Hallo Nein 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 ich wollte zu schnell fahren Nuggi du hast auch verkackt Weg da mit dir du Lapon Warte 3 2 1 Du mieser Ficker ey Ey ich hab damit selber verkackt Ja das ist die gute alte Respawn Bombe Hallo Wer schießt da auf mich Nuggi bist du behindert oder was? Hahaha Egal Was ist denn hier los Alter? Fahrplappen Hallo Willst du hier durchkommen oder willst du hier noch 8 Jahre zurücklaufen? Okay das stimmt schon irgendwie Warte ich hab auch morgens das Nuggi hinten ist Los Deko meint Hallo Hier wachs Hey Hey Mama Ey Nuggi ist eh nicht so schnell Okay Er ist wirklich nicht so schnell Warte da Ey Da hinten ist der erste Punkt Passen sie auf Fahren sie langsam Okay aber sowas kann ich eigentlich ganz gut Dann schaffen sie es auf First Try Ach nein nochmal so ein Ding Deko wir haben hier einen Friedensvertrag Dass das klar ist Ja Ich hab zwar eine Rakete Aber ähm Ich hab auch eine Rakete Aber ich unterlasse es Okay Weil es wirklich ganz schön Digga Vor allem weil es so lang ist Alter Wenn das nicht so 8 Kilometer lang wäre Ah Oh Nein Nein Jetzt muss ich den Korn noch wegpallen Das tut mir leid Was Warum Ehm Egal Ihr seht doch alle nicht mehr ganz mal tost Ey Oh nein Alter Der Weg ist so lang Das ist ein bisschen übertrieben Wenn das kürzer wäre Mopint Micha Dann könnte man hier richtig Unrucksicht auf Verluste Richtig reinorgeln Die ganze Zeit Und sie richtig weg trollen Aber weil das so lang ist Muss man Rücksicht nehmen Oh fuck Da sind Oh Das ist doch Nein Nein Ey Ey Was Ey Ey Wo sind da die Trois Gib mir Bescheid Nein Da sind drei Rampen über die du springen musst Und dann so ein automatisches Schild Und ich dachte aber die Rampen würden auf festem Untergrund stehen Aber die sind einfach in der Luft Okay Nein Ja Wie Nein Ich hab den Punkt Oh Was Ey warte mal wer kommt da Ich troll dich so weg Ey Ey Ich troll dich Hallo Ey Oh nein Oh ich hab's Hier sind noch Äh Ablaufen Casual zu dem Background Ey wenn das jetzt ein Fake Punkt war ne Oh ich bitte darum bitte Ne Schade Ey lass mal Dicke noch mal runterschießen da Ja komm Ihr miesen Sack Nulei Juuu Okay warte Warte So ja genau warte Nein 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 Ich muss Warte jetzt müsste es klappen Warte mal kann man ja nicht hin Aufnehmen Och Ups Und drei Zwei Eins hat er den Punkt Er fährt einfach runter Er fährt einfach runter Lass mal so Aus Freundschaftlichkeit Nugi komm mal zurück Aus Freundschaftlichkeit Ähm kurz Hallo alle zurückkommen Einmal Auto wechseln Einmal Auto wechseln Ein bisschen wie nach einem Fußballspiel Äh Trikot wechseln Weißt du Ich nehm Nugis Auto Dem Orange Hallo Dicke Hallo Dicke Ja ich bin mit meinem ganz zufrieden eigentlich Wechsel dein Auto Ich komm zurück Ey Wieso Aber ihr habt doch So wie ihr wechselt Kann ich ja gar nichts machen Alter Wie warum Also ich nehm Nugis Auto Und ich nehm Orange Und der Blaue hat halt äh Du kannst jetzt mein rotes nehmen Ist das besondere Kind Hallo Ja gib mir dein rot Ähm Aber das geht auch nicht ganz Hallo Hallo Hey Hey Das ist die deutscheste Folge überhaupt Hallo Hallo Ey Weg mit dir du Lappen Ciao Äh Äh Ey Ich sag ich sag euch jetzt schonmal Die Stelle wird richtig böse Alter Ich hab sorry gesagt Hallo könnt ihr bitte auch Was ist schuldig gesagt Was ist schuldig gesagt Nein Alter die Stelle mit den komischen Sanddingern ist ja richtig böse Eigentlich ist das so Dicke Wie Party Und Konzentrationsscheiße Ja Oh mein Gott Das war keine Rakete Ey Außer von Marvinet Uh Uh Ja 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 du musst wirklich machen Wie Konzentrationsscheiß mit der Party Dann ist es easy Ey Ich rutsche einfach und dann liegs weg oder was Ey Was war das? So Oh Oh Okay jetzt Ey nein Nein Einfach nein Mein Heubein verkackt Nein Ey Ich hab mich nicht geschubst Nichts gemacht Ich schwöre Ja ich weiß dass du nichts gemacht hast Ey So jetzt nicht zu viel Anschwung nehmen Da bin ich gerade runtergerutscht Ich sag dir ein Du kannst beim Hotdog Stand noch links runterrutschen Ich bin einfach Ich bin gerade draufgefahren Bin links runtergerutscht Keine Ahnung warum Ich bin gespannt Geil Ich mach es Aber eigentlich müsste ich doch einfach nur rauffahren können oder? Ja Dach ich auch Nope Lol Ey Wollt ihr mich komplett verarschen? Seht ihr diese kleinen runden Dinger auf dem Dach von den Hotdog Dingern? Ja Ach da bin ich wahrscheinlich Da bin ich wahrscheinlich beim ersten Trial gegen geknallt Ich hab mich schon gewundert was das war Ich bin einfach mit meiner scheiß Frontschürze hängen geblieben und Ey Er ist so ein Bastard Mopetenmicher Er ist so ein So ein Streichler Stimmt ey Da bleibt man richtig hart hängen Warte mal Jetzt fahre ich hier komplett nach hinten und Huah Huah Ey Na ey 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 Bitte Ey wie Bitte Wie soll das gehen ey Mopetenmicher Wie Soll das gehen? Okay ich versuch's wieder Ja Oh Was Uuuuh Alter Was Ey ich wünschte mir ja Ich wünschte mir ja irgendwie dass da irgendwie noch ein Troll eingebaut ist muss ich sagen Ich wünsch es mir einfach Digga ich hab gerade Angst über die Bustür hier rüber zu fahren Ah los trau dich Los trau dich du Lappen Oh 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 Digga es ist so unschuf ey Oh Oh Er hat es Okay den ersten Step hat da geht's jetzt Alter Ne ich muss jetzt ich Ich halte jetzt meine Fresse und komm zum Punkt Ey Nugi du schaffst das Ey Nein Ich bin unten Was Ey Musst du da hoch fahren Okay Äh Okay ja Was macht man da? Okay tschüss Ey Moped nicht wahr wenn hier irgendwo ein Speed eingebaut ist ne Ich schwöre der Ziegenmann kommt mit seiner kompletten Ziegenjunge Armee zu dir und nimmt noch die Möwen mit und dann wirst du richtig entkernt alter Ey Nugi lass uns das erstmal anschauen bei Deko damit wir genau wissen was auf uns zukommt da hin Ihr miesen Streichler ey Los fahr mal Ey ich muss jetzt Fullspeed fahren ne die Rappen sind schon ein bisschen größer Los 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 Und Ja okay da ist alles safe Ja Ey 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 Du musst halt nur den Speed behalten. Oh! Oh! Digga, so weit war ich noch nie. Leco Mio Grande, Alter. Oh. Okay. Ich nehme hier den Speed mit. Und dann... Oh, ein... Komm schon, jetzt dreh dich doch mal rum hier, Alter. Und jetzt der letzte rückwärts, ne? Oh, scheiße. Digga, das Dekotos herausgefunden hat, ne? Alter, aber, man muss dazu sagen, Dekotos jetzt auch herausgefunden, Fullspeed ist es. Ich habe es jetzt nämlich das erste Mal wirklich YOLO Fullspeed gemacht und das war's. Also habe ich alles rausgefunden? Ja. Aber die Frage ist jetzt, ey, meint ihr, hier ist noch ein Speed eingebaut? Ist er wirklich so dreckig? Ja, safe. Ey, ich werde das testen, indem ich... Ich könnte es mir wirklich zutrauen. Ich würde sagen, nein, fahr es vorwärts. Ja, vorwärts. Ich teste das jetzt so. Dass ich erstmal hier so hochfahre und jetzt vorwärts, das weißt du und dann weiß ich, ob da ein Speed ist. Ja. Okay. Wäre richtig lustig, wenn du mit dem Speed an der Wand abprallst und runterfällst. Okay, das sieht aber ganz gut aus. Das hätte meine Seele wieder geflickt. Und ich versuch's jetzt, Leute. Ich versuch's. Puh. Ey, zum ersten Mal komme ich hier wieder hin, dass ich überhaupt zu Nordox-Ständen hinfahren kann, ey. Oh! Ja! Ich hab den Punkt, Digga. Jetzt schießt ihr euch die ganze Zeit mit Raketen ab. Ich speedo. Nummer eins. Nummer zwei. Und... Stopp! Ja, ich lass dich mal aus. Egal, und ich dachte ja, als ich hier rübergefahren bin, ich dachte, da wär irgendwas unsichtbares, weil diese Stangen da sind. Ich dachte, da wär so ein unsichtbares Container oder sowas. Ja, da darfst du natürlich jetzt auch nicht gegenknallen, ne? Nuri, ich würde noch ein bisschen weiter die Kurve mitnehmen für den Speed. Ja? Ja. So ganz, ganz, so ein bisschen nur. Dass du noch ein bisschen nach hinten fährst. Ja. Ja, so. Digga, es ist halt echt, ne? Ich darf nicht dagegen rollern. Die Flatschung hast du genommen? Ich glaub, die ganze Strecke. Aber es hat easy gereicht, wirklich. Easy. Und... Leute. Oh! 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 Ey, ich dachte so, ich muss eigentlich noch mit der Maus lenken. Aber ich kann nicht mit der Maus lenken, wirklich. Ich rieck jetzt Fahrer und linke, dann fick ich. Jetzt wird gefickt. Das sind wirklich Stangen. Ja. Alter, dass du da noch was verkackt hast. Ey. Oh, ich hätt's ja irgendwie gefeiert. Ich hätt's ja irgendwie gefeiert. Äh, du hast das vorwärts gemacht jetzt, ne? Ja. Digga, ich hab noch ein bisschen Angst vor dem Schrägfahren. Ja. Ja. Da hast du dann wieder Tüppeln angesagt, ne? Bist du gegen die Stange gepreilt? Lol. Ey, nein. Haha, nein, Diko, Alter. Ey, nein. Nein, er hat verkackt, Digga. Er hat eiskalt verkackt. Ey, Fahrt ohne mich, Alter. Ohne Spaß. Fahrt ohne mich, ey. 300 Jahre später. 30 Grad. Ey, ich hab wirklich wieder Schiss vor dem Rückwärtsfahren hier, ne? Also Nuggi hat aber das Hochfahren hier dann eigentlich recht weezy cheezy hinbekommen. Da hab ich noch mehr Schiss vor. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Doch. Ohne Spaß nicht, ey. Hallo. Ja, mach dich nur schön. Ich will zugucken. Oh, er macht das aber auch immer spannend, ey. Ja, rückwärtsfahren und lenken, ne? Okay, Diko. It's your time to shine. Digga, aber bei Nuggi war das auch nicht sauber, ey. Okay. Der wär fast links runtergefunden. Oh, richtig clean, du. Okay. Ich weiß echt nicht, wie ich das... Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Hey, f*** mein Leben, Alter. F*** einfach mein Leben. Jetzt muss erst mal hier ein bisschen durchgepustet werden, ne? Film und 30 Minuten, ich glaube, wir waren bei Minute 12 bei dem Punkt oder so. Also es war schon ein kranker Tobak, ey. Ja, der war aber auch schon ziemlich sick. Oh, ey, das war, da verkacke ich dann? Hey, come on man, jetzt gehen wir doch aus dem Weg da. Weiter, easy, weasy, jetzt aber, also eigentlich ist nur der erste schwierig. Warte, ich mach nix, ich bin dafür nicht zuständig. Du bist einfach immer im Weg, ey. Okay, ey, hier ist doch bestimmt auch irgendwo ein Troll, nudelt mich nicht weg. Warte, hier, Fullspeed. Was, fahr ich? Ja, ja, einfach nur hoch. Ja, hab ich. Digga, auf jeden Fall werde ich hier drehen. Hier werde ich rückwärts fahren. Auf jeden Fall, ey. Alter. Auf jeden Fall. Ich kenne aber mal den Micha. Ich weiß einfach, wie er funktioniert. Oh. Nein, ey, Digga. Geradeaus fahren, Mann! Scheißfähigkeit, ey. Oh. Meinz, der hat hier nen Speed eingebaut. Nuki, fahr hier mal bitte geradeaus. Ich will das validieren. Nee, ganz sicher nicht. Aha. Hab ich, wie hast du das gemacht, da bei dem Teil? Bist du runtergefahren? Oder bist du... Nee, nee, ich hab Vollspeed gegeben und hab nur um 5 gedrückt. Dito. Ach komm, wir fahren einfach geradeaus. Das ist kein Speed. Oh, ich hab wieder zu viel Angst, ey. Warte, ehrlich, ich muss aber Speed holen, Udi. Ich will mal bei Deko gucken. Pass auf, nicht, dass du runterfällst, da. Ja. Don't cook bei Deko, Alter. Kiste. Huah! Ja. Okay, 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 okay. Ja, oh nein. Okay, das ist... Oh, da muss man, glaube ich, Fullspeed fahren. Der ist nämlich böse, ey. Komplett gerade. Achtung. Achtung, Marvin! Warte. Weil das Ding so arschweit auseinander ist, weißt du? Musst du, glaube ich, todesgerade fahren. Scheiße, Mann! Du pinst mich ja! YOLO! Juhu! Okay, Nuggi, gönn dir. Ey, ich muss jetzt wieder gerade fahren, ne? Klack! Kann doch fahren. Wollt ihr mich verarschen?! Ey! Nein, 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 nein. Ich bin auch unten. Ey! Ey! Ich hab eigentlich halt nur verkackt, weil ich schlecht, schlechtestens gelandet bin. Schlimmer ging's gar nicht. Ey! Ey, das war, ey. Das war so easy. Das war einfach so todes-easy. Ey. Ey! Oh. Okay, in der ersten Tube bin ich. Ja. So, das Ding ist ja easy eigentlich. Ja. Dacht ich auch. Okay, jetzt kommt ein normaler Tube Jump, da bin ich nicht gut drin, wie wir alle wissen. Ich bin gespannt. Ich muss jetzt auch wieder nur gerade fahren. Okay, es ging relativ schnell wieder bis hierhin. Oh, ich hab den Punkt. Oh mein Gott, ey. Max ist aber auch knapp, ey. Meine Fassung. Ja, das wäre cool, wenn das ein Fake-Punkt gewesen wäre, oder? Geil. Oh, oh. Komm, Nugi. Komm, Nugi. Komm, Nugi. Geht das denn nochmal? Ja, gut, ne? Ja. Oh, fuck. Alter. Oh, hast du den Punkt? 3, 2, 1. Weg mit dir, du Lappen. Oh. Oh. Alter. Weltgeholz. Einfach 7-0. Junge. Oh, tschüss. Hey, es steht 1-7, da bin ich voll, ey. Ja, für mich jetzt. Also. Ja. Ich hab eins. Ich glaube nicht, dass das geht, ey. Da. Dass was geht? Ähm, dass du dann World fährst. Ehrlich? Wie sonst? Ja, hier an der Seite. Nein. Ja. Nein. Oh. Ich hab absichtlich daneben geschossen, denn der verkackt sogar. Absichtlich? Okay, schauen wir mal. Ich hab auch absichtlich daneben geschossen. Da. Oh. 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 Das ist so ein Zeichen. Das ist so ein Zeichen. Das ist so ein Zeichen. Nein, er ist los. Nein, er ist los. Tschüss. Nein, er ist los. Nein, er ist los. Ja. Ja. Loll. Liefen mich ja, du kleiner Knecht. Okay, da fährt Luki schon mal alles rückwärts. Okay. Die Frage ist jetzt, ist das richtig? Also weil Deko fährt noch, Deko fährt noch geradeaus. Aha. Ich warte jetzt. Das ist Mavi vor. Hä? Mieser Streichler, ey. Du fährst auch rückwärts, oder? Oh mein Gott. Was ist los? Nix, nix. Nee, 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 nee. Alles gut. Ist da überhaupt was zum Vorbeifahren? Hä? Nö. Leute, da gibt's gar... No! Ja, da müssen wir hier in Vault fahren, oder? Ja. Ich versuche mal in Vault zu fahren. Okay. Drehen. Speed irgendwie. Also, ich habe jetzt gerade den WarRide ja davor schon versucht und es war nicht annähernd irgendwie gut. Oh. Okay. Ja, weiß nicht. Weil ich habe Angst, es zu versuchen. Weißt? Deswegen versuche ich nochmal irgendwas anderes vorher. Aber... Deko versucht's jetzt. Jo. Jaaaa! Digga. Digga. Das ist doch nicht möglich, oder? Das ist richtig. Also, es war jetzt schon ziemlich close dran, aber... Ey, der Punkt ist da hinten am Arsch der Heide. Fahren wir überhaupt richtig? Können wir nicht irgendwo anders hin? Alter, Digga. Wir müssen... Ey, Digga. Da werden noch so viele Trolls eingebaut sein. Digga. Ich schaffe das nicht annähernd. Ey, du bist ja auch runtergedropft wie so ein Wal, Alter. Du musst genau an der Oberfläche bleiben. Ja, sorry. Oh, warte mal. Ich glaube, ich weiß wie. Warte mal. Hä? Du kannst von da aus da rüberspringen, oder was? Auf der Karte wird angezeigt, dass das hier Speeds sind. Sind aber Raketen. Wollt ihr mich komplett verarschen? Weil mit Speeds hätte ich vielleicht gedacht, okay, einfach vorher so ein Speed aktivieren. Digga. Ich... Ey. Also, mit dem Warrail, mit dem Panto... Eigentlich nicht possible, ey. Oh. Oh, knapp. Oh. Oh. Ja! Jetzt willkommen. Jetzt geschafft. Alright, ne? Ja. Alter! Da war ich aber auch äh... Oh, oh. Geil, ey. Du musst wirklich ganz, ganz flach auffahren, ne? Ja. Boah, ey. Ist aber ein krankes Ding hier wieder Mopeten, Micha. Ich fahr ja alles rückwärts, ne? Damit ich dir die ganze Scheiße nicht noch mal machen muss. Ja. Ja. Gerade den Wallride, das ist schon... Der Wallride ist schon echt ne böse Sache. Aber das ist wie bei der No-Respawn-Challenge, ey. Hier werden noch so viele Trolls sein. Du scheiß Wallride, Mann. Du fährst runter und bist einfach instantly überdreht. Ich hoffe, da ist keine Bremse, ey. Dann holst du mich richtig weg. Boah. Boah. Boah, knapp. Bremse ab, bremse ab, bremse ab, bremse ab. Boah. Okay. Haben wir. Wenden. Hier wieder rückwärts. Puh. Digga, wo ist der Punkt? Nein. 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 Ey, ich war drauf auf der anderen Seite und bin komplett über die Straße rübergerutscht. Ey, Digga, dass ich dann rüberkomme und dann eiskalt einfach rüberrutsche, ne? Er hat seinen Troll doppelt gebaut. Ich kenn den Troll schon von der No-Respawn-Challenge. Ich hoffe, ich krieg's hin. Warte mal. Das kriegt doch nicht voll, ey. Geh mit Speed lang. Boah, er muss hier, glaub ich, komplett nach oben fahren. Ich mach's jetzt, ey. Oh. Okay, spätauffahren, 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 erst hier irgendwo. Ey, und wieder überdreht. So eine Scheiße, Alter. Ja, ich hab's auch gerade so hinbekommen. Ich hab's hinbekommen gerade eben so und rutscht rüber über die Straße. Diese Fick-Scheiße, ey. Spring, Budi! Zeig, was du drauf hast! Oh, ja. Oh, und ich werde... Ja, da war eiskalt der gleiche Troll wie bei der No-Respawn-Challenge. Der kleine Sack-Affe, ey. Aber komplett. Auf einmal kam der GTA-Gott wieder und hat Deko dem Noob und auch nur der, der immer gewinnt, geholfen. Ihr werdet nämlich gleich sehen, was... Was da als treu verbaut ist, der ist richtig böse. Oh. Ja, der Erste dürfte es haben, oder? Aber Full-Speed oben über der Kante rüber, ne? Uh! Ja, ja, ja! Deko hat es! Und... Lugi! Haha! Da kommt der Lugi! Ja, schaut mal, was da gewesen wär. Jaaaa! Der hat dir da langsam untergefahren. Ciao, Kakao! Das wär gern gewesen. Verloren, ey. Okay, ja, Mann, da geht's! Wir sind ja erst mal 51 Minuten, das ist ja chillo. Oh, geht ja. Oh. Ich war's nicht. Ah, geil, ey. Macht euch fertig, ey. Ey, aber die Mant ist wirklich schon... Alter, die strong, ey. Scheiße, Mann, ey. Also, die wär als Panto-Parcours schon strong, aber daraus noch so ein Troll-Ding zu machen? Scheiße, ey. Okay. Ähm, wo müssen wir hin? Äh, warte, warte, warte. Irgendwo noch... Ach, da! Ah, ich weiß wohin. Hier? Hier? Der baut auch Trolls überall ein. Huah! Okay, müsste aber nur noch schneller sein. Okay. Digga! Ey! Oh! Wippe, wipp, wipp! Wippe, wipp, wipp! Wippe, bitte! Oh, ja. Okay, so geht's relativ easy. Nein, 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 nein. Nicht runter, nicht runter. Nein. Oh. Äh, was meint ihr eigentlich mit Wippe? Ja, vor und zu zweit. Ja, vor und zu zweit. Okay, Party People, dann wollen wir mal. Hier am Schwung. Was ist hier denn los? Ach, du meine Güte. Ha! Nein, Digga, noch nicht. Wow! Ha! Okay, gut. Oh, boah, Junge, Alter. Ey, das ist aber auch wieder richtig schmutz hier, Alter. Oh, gerettet. Nein. Oh, oh, oh. 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 Alter Schwede, ey. Okay, komplett nach hinten fahren. Was ist denn jetzt? Hör mal, wer da hämmernt, Nuki. Oh, das Gute ist, Nuki ist gerade vorne. Das heißt, ich kann schauen, ob da irgendwo ein Toil verbaut ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Ich hab den Punkt. Okay. Oh, Junge. Also ich kann auf jeden Fall eins sagen. Geil. Gib Vollgas. Gib Vollgas. Nimm 5, nimm 5, nimm 5, nimm 5. Deko, Mittelspeed würde ich fahren. Mittelspeed. Der gute alte Mittelspeed. Also bei der weißen Rampe kannst du ganz nach hinten fahren. Ja. Ah. Hier muss ich Fullspeed fahren, oder was? Ja, ja, ja. Also Mittelspeed, ne? Ne, mach schon Fullspeed. Bei dem, danach kannst du. Pff, lol. Alter, machst du Fullspeed, alter. Also bei uns war es Fullspeed. Ne, also ich bin nicht so weit geknallt. Also wenn du es jetzt richtig Action-Explosionsreif machen willst, mach es Mittelspeed. Ne, ich verzichte. Los, cooles. Warte, aber ich werde es trotzdem machen. Warte, 3, 2, 1. Oh. Wow. Alter, okay. Das sah, glaube ich, schon ziemlich cool aus. Alter Schwede. Alter, alle schießen. Ich habe den Kill gemacht, ne? Oh yeah, meiner. Digga, ich habe auch geschossen. Echt? Ich habe mich erwischt, ey. Hauptsache, alle, alle haben geschossen. Nugi, du auch? Ne. Okay, nimm alles zurück. Doch, Nugi, ich habe doch geschossen. Aber ich habe leider keinen getroffen. Hä? Was war es hier? Wollt ihr mich verarschen? Oh, Alter, was kommt da denn? Ja. Nee, schießt, wenn ich hier drin stehe. Scheiße, ey. Schnellen Triaden, Triaden. Uh. Komm, Brudi, schneller. Oh. Nein. Ja. Nein. Geradeaus fahren. Nugi. Nugi. Ciao, Nugi. Nein. Oh, geil. Und jetzt muss ich den irgendwie hinkriegen. Bitte, bitte, bitte. Und? Komm. Komm, ja. Ja. Oh, geil, ey. Wo ist Deko? Kann doch nicht gerade ausfahren. Was ist los mit dem Jungen? Kann nicht gerade ausfahren, ey. Uff, scheiße. Oh, es könnte sein, dass ich jetzt verkackt habe, weil ich den Speed nicht gut genommen habe. Fuck. Nein. Aber das ist auch ein bisschen. Ey. Das ist echt, ne? Nein. Oh, geil. Ich bin einfach noch nie so geil geradeaus gefahren, ey. Bist du da reingefallen? Genau wie Nugi. Ah, okay. Ah, sehr schön. Hast du keine andere Wahl, als da reinzufahren? Aha. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Kugel dich bitte hier rein. Oh, danke schön. Ey, ich will jetzt nur noch ins Ziel. Ich will nur noch ins Ziel. Die Mopädenmilch hat mich schon wieder gebrochen mit dieser Map, ey. Digga, frag mich mal, ey. Alter, Digga. First Try da durch. WTF. Was? Wie, wo durch? Achso, durch. Ah, okay. Wieso, Öffnung da oben. Ja. Dacht ich mir auch, ey. Ey. Ey, fick dich einfach, ne, Digga. Hä, hä? War da noch ein Troll? Nein, da war kein Troll. Okay, ich wollte gerade sagen. Ich bin einfach nur die weißen Rampen gefahren und bin aufgekommen auf der letzten weißen Rampe und mein Panto prallt dann irgendwas Unsichtbare ab und fällt einfach nach rechts runter. Oh, Leute. Mein Kopf ist gerade aufgefahren. Oh nein. Warum? Dann würdest du das alles von vorne machen, oder was? Als wenn irgendwie die, ja, war dann irgendwo ein Bumpfeuer. Ey, nein! Als wenn deine Reifen wegknicken oder so. Ey, ich habe alles geschafft und beim allerletzten Ding rollt er einfach zur Seite, ey. Oh nein, warum prüfen wir das an, ey? Oh. Ich war schon durch, ey. Ich war schon komplett durch. Leute, ich bin so obendrauf, das nehme ich auch. Oh. Boa, Nugi, wo bist du denn? Du hast doch auch den Strike geschafft. Ja, ich bin in der Röhre drin. Aber ich habe es nicht durchs kleine Loch geschafft. Mein Auto war zu dick. Nein, ey, Ditto! Oh ja, ich bin drin. Ich war beim allerletzten Shit. Du musst den ganz Kack wieder von vorne machen. Ja, ey, dann habe ich dich doch jetzt gerade am Spawn gekillt. Was macht man denn, ey? Spawn kill ist doch nichts. Ja, wo bist du, ey? Ich schieße dich sowas von weg. Ey, warum? Wieso habe ich das? Ja, da ist ja auch noch so eine Öffnung. Oh ja, komm. Wieso? Nugi ist da. No. Nieser Klaxigon, Alter. Juhu. Nein, Nugi! Nein! Digga, ey, ey. Nein, das war kein Try. Nein, das war kein Try. Egal, wie ich gesehen habe, einfach wie Nugi aus dem Fenster die Hand rausstreckt. Ey, du hast doch aber eh verkackt. Ich wollte nur dein Auto weg. Okay, wo kann man jetzt hier noch verkacken? Kann man noch verkacken überhaupt eigentlich? Ey, ganz am Ende kannst du so landen, dass du so runterrollst, weißt du? Ah, perfekt. Super. Und es war einfach so maximal scheiße bin ich gelangt. Ach so, weil das halb offen ist da. Oh, scheiße. Hä? Ne, das liegt mir halt halb offen, oder? Doch, doch. Das ist doch offen. Ach so, ne, ich habe es davor verkackt. Nee, du hast davor verkackt? Oh, 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 oh. Oh, wir sind weiter. Ey. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts. Ja, ja, schieb dich wieder runter. Kein Ding. Geh, schieb dich jetzt. Warte, Nugi. Warte, warte. Warte, so. Ins Blaue. Ins Blaue, genau, so. Ey, ich muss jetzt richtig schön gerade darüber, ne? Richtig schön gerade. Warte, ich komme auch, oder? Ja, ja, komm, komm. Nein. Nein. Ey, wie kann man so scheiße sein? Kannst du mir bitte sagen, wie das geht? Ich habe keine Ahnung. Boah, Alter. Das ist easy. Echt, findest du? Warte mal, ich fahre nach hinten. Ich fahre nach hinten. Jetzt fahre ich nach vorne. Also diese Tube-Jumps hier in die halben Tube rein, das fand ich richtig easy. Ey, und ich fahre raus. Fick, 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 fick mich. Fick mich. Oh, ich bin drin. Dann weiß ich nicht. Wo soll das denn gehen? Achso. Oh, ey, ich habe es, Digga. Ich habe es. Hast du viel Ansprung genommen? Unverdient. Oh, ähm. Ne, ich habe es gut gemacht einfach. Oh, nein, bitte nicht. Nein, 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 nein. Oh, das ist das Ziel, Leute. Oh, wir haben es. Also noch einmal so einen kleinen Lachs hier und dann sind wir durch, ey. Oh, geil, ey. Wo ist denn der Punkt jetzt? Nur geradeaus durch, ey. Digga, pass auf. Wirklich? Nein, da ist nichts. Alles safe, ey. Ich habe voll Angst, ey. Nein! Digga, was? Digga, was? Ey, Digga, ich drücke gleich alte Vier, das ist doch für eine Arsch, Alter. Ey, was? Ey, das ist soo miet, Alter. Ey, das ist so miet. Du bist schon, weißt du, du kriegst schon dieses, eine Million Euro ist schon vor dir. Du bist nur einen Schritt entfernt und auf einmal wirst du so, wirst du so weggekickt. Oh, ich kann nicht mehr, ey, es war so geil, ey, es war so geil. Was ist da passiert? Ich kann nicht mehr, das ist doch. Es war so ein typischer Mopeten, mich hat es gerade einfach wieder. Mit einem Container und Speed davor, du hast. Ja. Aber nicht nur Speed, sondern Lichtgeschwindigkeit, Digga. Ey, der ist auch in den Himmel gegietet, ey. Digga, aber Marvin sagt auch nichts, ne? Leider ist kein Troll mehr. Ja, ja, da ist nichts, da ist nichts. Ganz einfach hier durchfahren. Ich wollte das sehen, was da passiert. Ja, genau. Ja, ist doch. Oh, ist das schön, ey. Aber wo am Ende, ne? Nee, da ist nichts. Ja, irgendwo ganz hinten bei Marvin. Bei Marvin irgendwo am Ende. Digga, Marvin, du bist so ein schmutziger, ey. So ein dreckiger, meine Fresse, ey. Ey, und ich hatte schon, ey. Die Muchachos wollten doch was sehen. Ich habe ihn gefunden. Ich glaube, da kommt noch einer und du fliegst auch weg. Also, ich muss eigentlich wirklich, bei Mopetenmiche muss man alles rückwärts machen. Ich habe das gesehen, eine ganz lange, gerade Strecke. Da kann nur ein Troll dir dann sein. Oh, aber das Ding ist ja... Ich mach das jetzt mal einmal vorwärts, um zu gucken, wie der Effekt war bei Nogi. Er war ziemlich nice. Oh. Alter. Digga, man ballert, du hast sogar einfach aus der Tube oben raus. Oh, so geil, ey, so geil. Oh, warte mal. Digga, was kommt hier jetzt für eine Scheiße? Hier noch eine Lücke. Kann ich in die einfach gerade ausfahren? Alter. Oh mein Gott. Ich habe gerade wieder was gespottet, ey. Alter, Digga. Muchachos, meine Abkürzung war schon krass jetzt, ey. Warte mal. Da vorne noch ein Punkt. So. Nein, nein, nein. Ey, Deko. Hör auf. Hör auf. Ey. 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 Und da lassen sie das. Äh. Ich fahr schnell rein. Ey, wann fing das denn an mit diesem unsichtbaren Ding? Äh, erst nach diesem blauen, ne? Also zwischen den beiden Tubes und nach einmal so ein blaues Verbindungsstück. Okay, Nuggi, mach das rückwärts. Ja, Logo, Alter. Das ist die Scheiße, hab ich nicht noch mal Lust. Deko, das ist jetzt auch. Ich mach's auf jeden Fall auch rückwärts. Hallo, mach das doch vorwärts. Deko, auf gar keinen Fall, ey. 100 Jahre später. Ja. Ja, GZ. Oh. Jetzt muss ich auf Nuggi warten hier, Alter. Kannst du verkacken, Nuggi. Nein, kann ich nicht. Aber mach das mal jetzt vorwärts, Deko. Mach das mal bitte jetzt vorwärts. Komm, los. Wir wissen, ob da noch irgendwas eingebaut ist. Aber ich glaube, da ist nichts mehr. Das Ding ist, wenn ich jetzt den Speed erwische, dann bin ich im Ziel und kann nicht mehr auf Nuggi warten. Also wenn ich jetzt ein Ziel fahre, Nuggi, dann ist Marvin schuld. Oha. Deswegen mach das, Deko, auch. Kann man hier vorwärts fahren? Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Alter, wie schnell bist du da hingekommen? Nein, 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 nein. Äh, wie hast du das so schnell geschafft? Äh, ja, ich bin schnell gewesen, ne? Du warst doch richtig fast, Alter. Richtig fast. Aber, Mopeten, Micha, das war ja eine richtig teuflische Map. Scheiße. So sieht's aus. Ey, das war eigentlich Panto-Troll. Heißt das Format ja eigentlich, weil wir uns trollen, ne? Oh, nein. 71 Minuten. LoL. Was? LoL, Dingo. Was? Er hat noch verschissen, er hat alles hier noch verkackt, ey. Ey, Nuggi, wie? Wie? Lass mich raten, du wolltest aus voller Fahrt rückwärts nach vorne drehen und wolltest uns liefern, bist dann halt irgendwie runtergeglitscht. Ich kann nicht mehr. Ich dachte, wir wären hier um Spaß, Sir, aber, haha. Oh, ja. Ja, Gucachos, daumen nach oben ballern, zockt diese Map auf gar keinen Fall. Sie wird eure Seele einfach entreißen und euren leblosen Körper in so eine Jauche-Grube werfen. Daumen nach oben. Trotzdem, Dankeschön, Mopeten, Micha, für dieses, äh, diabolische Ding. Ich, Mopeten, Micha. Bis dann, reingehauen und auf jeden Fall auch bei Nuggi vorbeischauen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye, bye.